Hallo Gnossi! Willkommen zurück bei... Blitzrecht 3 liebe Leute! Wir sind mal wieder bei der... Bei den Sowjets? Genau, es gibt da eine neue... Mission... Ich schau mal an... Was interessant ist... So... Wir nehmen mal hier den... Philipp... Okay, ob das mit Mariel oder was... Ähm... Irgendwie kann man hier nur... Ähm... Infanterie... Äh, jetzt bin ich ja mal... Sehr gespannt... Wir nehmen die Rotarmisten... Wir nehmen... Mg-Truppe... Wir nehmen einmal Panzerwüchse... Reicht das? Zwei Mal... Und dann spamm mal hier rein... Äh... Lass mal dazu... Keine Ahnung... Ich drücke aber rein, ohne... Großartig darüber nachzudenken... Nachzulesen... Was hier... Los ist... Jetzt müssen wir mal gucken... Äh... Stationierte... Waren befanden sich... Lediglich... Etwa zwei Stunden... Von Moskau entfernt... Wenn man auf der... Chaussee bleibt... Im Verlauf... Der... Äh... Die... War auch... Äh... Die... 316. Schützendivision stationär... Die von General... IW... Panlilov... Befehligt wurde... Okay... Okay... Alter... Die Hosen mit ihrem Namen, ne... Ist ja... Krrrr... Nein... Okay... Was muss man machen? Wir haben sie den... Angriff der Fritzenab... Alter... Okay... Eben... Oh... Ich schütze... Ja... Geht sie nicht nach unten... Ich will das sehen... Was ist da? Ich bin die Karte nicht mehr drin... Okay... Genug rumgespielt... Äh... Wie ist es auch... Was... Heute schaut die ganze Welt... Auf uns steckt den Atem... Weil... Wir... Uns... Überall erheben... Um sie... Äh... Okay... Ah... Hier ist KI... Okay... Ach... Das kann KI hinter mir sein... Okay... Und... Ja... Dann... Die Normale... Äh... In Vertriebe setzt das... Zwei... Zack, zack, zack... Er kommt mal... Nach unten... Seien... aqui... Ja... ...und... Anhalten... Jetzt haben wir gesagt... Die Gräben ziehen? Wir machen was nochmal... Hier... Zack... ...und... Zack... Okay... Er soll den Scheiß besetzen... Leute... Ah, die buddeln. Nice. Aber hier drüben ist auch noch Zeug. Okay, erwarten wir noch die paar Sequenchen. Wir sind mal zu oben hier beim buddeln. Also hier, Mission sind natürlich immer... Stopp. Die geht jetzt mal hier rüber. Und, äh, die Schütze sind ausgehoben, äh, stellen sie Geschützattrappen auf. Okay. Äh, wie mache ich das? Das habe ich noch nie gemacht. Anforderste Front müssen die Schütze zu verfälten. Wie macht man das? Ich muss jetzt meine Leute einfach da reinstellen. Wie geht man in die Karette hier? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir schauen, oder? Wie mal hier. Äh, was? Wir dürfen nicht so... Was, was, was? Die deutsche Aufklärung. Was? Die deutsche Aufklärung ist drauf. Okay, ja, wo ist der? Muss ich jetzt überall hier rein, oder was? Wie war ich eigentlich immer raus? Ich habe keine Ahnung, Leute. Schicken wir mal nach vorne, wenn wir jetzt den Aufklärungstrupp jetzt... Wo ist er denn? Ich sehe ihn ja nicht. Achso, die machen das schon, okay. Ja, wo ist er denn, der deutsche Trupp? Da kommen sie. Okay. Oben holzen. Zeig. Okay, hier sind sie. Jetzt werden die aber geschissen kriegen. Okay, haben sie den. Stopp, stopp, stopp. Einer fällt noch. Oh, oh, oh. Scheiße. Achso, die Attrappen sind das. Achso, okay. Was ist denn? Oh, wo sind sie denn? Ich bin jetzt verpasst, ja, sowas. Ach, da moe. Ja? Keine Ahnung, Leute. Hier, drück mal was. Okay, wir ziehen uns erstmal mit allem, was wir machen, zurück. Ah, ich hab's geschafft. Okay, besetzen die Verteidigungsanlagen. Okay. Hier, geht hier hin. Hier. Holt euch das. Ach, da moe. Wie geht's hier hin? Wie geht's hier hin? Oh, das ist schuldig, präzter. Kürbom. Und... Nur durch die... Und die Rotanisten. Und die... Der Gegner... ...liegen zum Angriff über. Okay, bleibt... Komm hier ran. So'n Scheißbesitzer. Äh... Werden sie denn angriffen? Okay. Wo ist hier los? Leckung! So, alle sind wach. Oh ja, die Familie ist hier. Aber das macht ihr. Das macht ihr eigentlich. So. Sieht jetzt nicht ganz so rosig für mich aus. Wow, okay. Äh... Herrliche... Begrüßung für die Fritz. Alter Wetten. Die lassen wir mal hier, oder? Oh, ich hab keine Ahnung. Was, 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 was? Ja, ich brauch Punkte. Ich hab jetzt auch Salerierung. Alter, hör doch mal auf hier zu Brummen jetzt. Das ist das in der Hell. Okay, jetzt kommt die nächste Welle. Okay... Ey, ihr müsst mal richtig hier... Komm, ich krieg keine... Immerhin... Und der Nächste Ohja Alter Tor mal los Okay Immer 20% Was ist die? Uff Ja, wir müssen mal wechseln Wir müssen nicht mal ganz gut besetzt Oh, da kommt noch mehr, okay Ja, komm Oh, die Reiche wird echt Super mickrig, ne? Ja Warum jetzt hau hier rein mit dem MG Alter Behindert seid will ich wissen Okay, das war ja Ganz in Ordnung Äh, das war erklärt Wann kommen die Nächsten? Alter, hört mal auf mit Wann kommen die Nächsten? Wann kommen die Nächsten? Wann kommen die Verstärkungstruppen? Wann kommen die Nächsten? Wann kommen die Nächsten? Wie ist das? 40, okay 60, 80 Durchhalten Durchhalten Okay, es kommen noch drei Wellen Wenn das um 20er Schritten geht Ich hab so keinen Bock, ey Die Nächsten Die Nächsten Die Nächsten Die Nächsten Ach, hört auf Die Nächsten Ich mein, ich verliere halt alles Ist das jetzt 1, 2, 1 Sonst hätte der Sinn Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Das ist das sinnliche Sache Okay, das war super Aber hier hat jetzt alles Äh, was? Dieses Wild, wenn jemand so Alter Ich hab so viel geschwassen zu dir Kriege ich jetzt mal Verstärkung? Oder wie ist das jetzt? Ohne Witz Ohne Witz Ah, super Komm mal, holen wir jetzt weg hier Ja Also was macht ihr? Oh, du guckst den Nächsten Ach du Scheiße Scheiße Ja, wir sind irgendwie, die Mission glaube ich ist ein bisschen verbuggt Verpackt Das ist ja super, aber Äh Eh, ne Graben Äh, ne Graben Keine Ahnung was los ist hier Keine Ahnung was los ist hier Ja Ja Spiegel Spiegel Was? Was haben wir es geschafft oder was? Haha So ernst Also ernst Wow Alter Schwede Gut, ja, ne Menge rumgegammert Aber es hat ja äh Geholfen Liebe Leute Ich wünsche euch viel Erfolg in dieser Mission Halte die Ohren steif bis zum nächsten Mal Haut rein Scheiße Ja 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 Jo Ja